Alles gut? Ja, sehr schön! Mama! Danke! Du sagst dem Falko einen schönen Gruß, gell? Der Falko? Ja logisch, der Falko. Ho! And up! Und wechseln! Rechtes Bein! Ah nein, jetzt! Jetzt ab! Komm schon, da gibt's das heute. Zäh, fix! Kein Empfang! Wenn Teufelsname auf den Dächern steht, von Ost der Tod herüber weht. Ein komischer Tag. Telefon. Mama, ich geh für zwölf Monate auf ein Greenpeace-Schiff. Wo fahrst du hin? Auf ein Schiff von Greenpeace? Weißt du, das sind ja nicht die Wale. Dein Sohn. Ich will nix wissen von dem Transenekuschmann. Das ist ein komischer Tag heute. Knapp 100.000, die ich brauche. Wenn ich jetzt einen Unfall hättest, dann könnten wir schon was machen. Ihr Gläser. Mit Gelenk. 250.000. 1,2 Millionen. Sind wir lustig heute, hm? Ja, wir wollen da ein Witz machen, oder? Ich will meinen Arm wieder haben. Der Paul, der hat den Arm in seinen Scheißkopf reinig da. Wo ist mein Arm? Komischer Tag ist das heut. Was meinst du, wenn der gehört? Gehört hat, meinst du? Den gefrieren wir ein. Was meinst? Wir können auch Zettel aufhängen mit einem Fotowerfer. Du müsst diesen Arm bitte melden. Aha. Heilige Maria, Muttergottes, macht, dass wir meinen Arm wieder finden. Da ist er von oben. Der Depp. Scheiße, dass das passiert ist. Aber mei, jetzt ist's halt mal so, gell. Was weg ist, ist weg. Mama, was machst denn du? Sehr eigen, deine Familie. Wie die Familien sagen, oder? Was weg ist, ist weg. Jetzt geh halt weiter. Was haben's dir alles? Magst du ein Wanderl heut? Demnächst im Kino.